Oh, hallo. Ich habe sie gar nicht bemerkt. Mein Name ist Dr. Nick. Ich möchte gerne einen Fragenbeantwortungs-Vlog machen oder ein FAQ oder wie das die jungen Leute von heute so nennen. Das bedeutet, ihr könnt mir irgendwelche Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist deine Lieblingsfarbe? Wie heißt seine Tante? Oder wann kommt der nächste Zelda-Hörspiel? Fragt, was ihr wollt, einfach in die Kommentare oder wenn es was Längeres ist oder ihr einfach irgendwas schreiben wollt, was ich vorlesen soll, dann schreibt das an dr.nick.online.de Und dann mache ich ein super tolles Video, in dem ich Fragen beantworte. Und bitte, wenn ihr die Frage habt, wann das nächste Zelda-Hörbuch kommt, das könnt ihr gerne fragen, aber dann fragt auch noch irgendwas anderes, weil sonst habe ich am Ende nur dieselbe Frage. Immer wieder. Ja, also bis dann. Tschüss. Danke. Das ist.